Herzlich willkommen zur letzten 7-Meter-Ausgabe des Jahres, heute hier aus Leipzig. Wir sind zu Gast beim SC DHFK und wollen natürlich auch gleich mit einem Spieler der Leipziger starten und zwar mit Philipp Weber. Er hat für uns seine Topspieler aller Zeiten der Handball-Bundesliga zusammengestellt in seiner Traum-Sieben. Hallo, ich bin Philipp Weber, spiele beim SC DHFK auf Rückraum Mitte, Rückraum links und freue mich heute bei euch meine Traum-Sieben vorzustellen. Im Tor war es nicht ganz einfach, aber ich habe mich dann noch für Björk wie ein Paul Gustafsson entschieden, mit dem ich in Magdeburg zusammenspielen durfte. Er war, glaube ich, einer der ersten Spieler, der mit kurzem Hemd ins Tor ging. Und das sagt halt schon viel über seine Person aus. Er ist ein sehr, sehr verrückter, lebensfroher Mensch, mit dem es einfach riesig Spaß gemacht hat, auf der Platte zu stehen. Auf Linksaußen habe ich Uwe Gensheimer nominiert. Ich glaube, über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir hier nicht diskutieren. Das ist in meinen Augen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linksaußen momentan, den wir haben im Handball. Und nebenbei auch einfach neben dem Feld einen Top-Typ. Rückraum links habe ich Arles Pargovic mir ausgesucht, weil das für mich damals in Magdeburg in meiner Anfangsphase so mein Papa war, der mir so ein bisschen die Handballwelt so gezeigt hat und mir viele Sachen beigebracht hat. Und da bin ich froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Auf der Mitte ist auch so ein bisschen mein Ziehvater gewesen, Stian Tönnesen, der mich damals in Magdeburg, als ich noch ganz klein war, eigentlich mit 17, 18 Jahren so ein bisschen in die Spielmacherstruktur eingeführt hat und mir da unglaublich viele Tipps gegeben hat und im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer einfach eine Riesenbank war. Rückraum rechts habe ich Andreas Rojewski genommen. Ich habe mit Andreas in Magdeburg zusammengespielt, aber auch hier in Leipzig. Und er ist einfach ein wahnsinns toller Typ, der mir auch damals schon in der Schulzeit ab und zu meine Grenzen aufgezeigt hat. Und darüber bin ich ihm sehr dankbar. Rechts außen habe ich Christian Sprenger, weil ich einfach, wie er den Handball zelebriert hat mit seiner Emotionalität, ein Top-Spieler ist, der schon damals immer einer zu den Idolen von mir gezählt hat, wie er da so die Halle abgeholt hat in Magdeburg. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und einfach ein geiler Handballer. Und am Kreis die lebende Legende aus Magdeburg, Bartosz Jurecki. Ja, also Bartosz war nicht nur auf dem Feld eine Riesenbank, sondern auch neben dem Feld, der die Leute mit seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist, einfach beeindruckt hat. Und man musste den Ball ihm nur irgendwie hinrollen, hinschmeißen. Er hat jeden Ball sich genommen und hat meistens immer ein Tor gemacht oder einen 7 Meter rausgeholt. Von daher ist er aus meiner 7 nicht rauszudenken. Wir sind in den Katakomben der Arena Leipzig und hier war Uwe Gensheimer sicher auch schon mal unterwegs. Und um den geht es in unserer heutigen Masterclass. Denn er zeigt uns seinen spektakulären Dreher. Uwe Gensheimer, Rhein-Neckar-Löwen, links, außen. Ja, der perfekte Dreher ist eigentlich ganz einfach. Ist ein ganz normaler Anlauf für den Wurf von außen. Drei Schritte, dann Absprung. Dann normale Wurfhaltung. Probieren mit dem Oberkörper, dem Torwart das Gefühl zu geben, der Ball kommt ins kurze Eck. Und dann kommt eigentlich das, was nicht ganz so einfach ist beim Dreher, das Zusammenspiel zwischen Kulter, Ellbogen und Handgelenk. Der Oberkörper geht ins kurze Eck, dann kommt die Schulter, der Ellbogen. Der Arm ist leicht hinter der Schulter und gibt dann am Ende eigentlich noch, kommt noch der Drall mit dem Handgelenk neben das Standbein des Torhüters, der im Optimalfall hier so in die kurze Ecke geht. Der Ball droppt neben dem Standbein auf und dreht sich ins lange Eck. So einfach ist es. So einfach ist es. In Leipzig wird hinter mir trainiert und bei uns geht es weiter mit dem nächsten Verein in unserer Club Challenge. Auf geht's! Auf geht's! Ferse! Das war's für heute. Ja, stark performt. Wie kam es zu dieser starken Leistung? Ich glaube, das ist zwei Jahre lang geübt. Nein, wir haben echt noch nie geübt, jetzt gerade vier Würfe gemacht, wo wir angefangen sind. Und das war klasse. Das war super. Wie zufrieden bist du? Super zufrieden. Dani hat das gut gemacht. Ich glaube, wir beide haben gut im Team zusammengearbeitet und ich glaube, wir können zufrieden sein. Millimeterentscheidungen in unserer Club-Challenge. Das Team Bayerns Zerbe hat für den TBV Lemgolippe stolze sechsmal getroffen und reiht sich damit ganz knapp hinter dem Bergischen HC auf Rang 3 ein. Die SG Flensburg-Handewitt überwintert mit sieben Treffern an der Spitze unserer Tabelle. Bevor wir uns von sieben Meter aus Leipzig verabschieden, haben wir noch unser Format Dingsbums mit dem Handballnachwuchs und dem Hexer Andreas Thiel für euch. Also noch dranbleiben. Ich sage aber schon mal Tschüss für dieses Jahr. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Sieben Meter meldet sich wieder nach der Handball-EM. Dafür drücken wir dem DHB-Team natürlich alle die Daumen. Euch eine schöne Zeit und jetzt viel Spaß mit Dingsbums. Tschüss macht's gut. Also dann gehen alle Spieler was trinken und halt sie besprechen sich ein bisschen und das ist dann eine halbe Stunde lang. Also die Mannschaft. Ich weiß nicht. Gehen in die Kabinen. Dann können die Spieler, also die Zuschauer etwas essen und dann geht's wieder weiter. Nicht eine halbe Stunde. Zehn Minuten bei uns und bei, ich guck auch manchmal in Gummersbach VfL und die haben 15 Minuten. 15 Minuten. Das ist quasi wie eine Pause nur länger. In der Mitte vom Spiel. Also wie man etwas besser machen kann, wenn man da und da steht und wie man es halt besser machen kann. Da gibt's ja immer so einen Timer und der wird dann auf Pause gemacht und dann hat man halt 10 Minuten Zeit zu besprechen. Pause? Dann bin ich jetzt Pause. Pause. Oh Mann. Achso, die Halbzeitpause ist ja gleich. Habe ich. Habe ich ganz vergessen. Das Spiel fängt ja gerade erst an. Ja, das war die Halbzeitpause. Tatsächlich auch geregelt und zwar in Regel 2.1, die sich mit der Spielzeit befasst. Normale dauert 10 Minuten. Es ist aber gestattet, darüber hinaus zu gehen auf 15 Minuten, wie es beispielsweise in der Liqui Moli Handball Bundesliga erfolgt. Aktuelles Highlight im Januar die Männer-Europameisterschaft wird live übertragen von ARD und ZDF. Könnt ihr euch anschauen. Wird gespielt in Norwegen, Schweden und in Österreich und wir alle hoffen, dass Deutschland eine Medaille holt. Wird gespielt. Wird dieses Jahr, jetzt wieder aus. Wir werden jetzt mit einem Wehr-Medien-Herr-Wir-Wir-Stand. Wir werden jetzt mit einem Wehr-Mediener-Der. Wir werden jetzt mit einem Wehr-Mediener-Herr-Schwn-Rel. Wir werden die wir jetzt zusammen gemacht. Wir werden jetzt mit einem Wehr-Mediener-Alarm-Til-Arm-Til-Ahr-Kambaz. Wir werden mit einem Wehr-Mediener-Schwede. Wir werden jetzt mit einem Wehr-Mediener-Bisaran-Namen-Bisaran-Gamm oder-Til-Alleherr-Sapp. Wir werden jetzt mit einer Verzlichen Verwärten, ein paar Viblener-Gerhen,